Die Staufenapotheke in Salach ist Ihre freundliche Beratungsapotheke in allen Gesundheitsfragen. Neben sämtlichen Arzneimitteln reicht unsere breite Angebotspalette von Homöopathie über Kosmetika bis hin zu Tierarzneimitteln. Als eine der modernsten Apotheken im Landkreis bedienen wir Sie schnell und einfach. Zusätzlich bietet Ihnen unsere Kundenkarte ein günstiges Bonussystem und einen Medikationscheck. Mit extra langen Öffnungszeiten ist die Staufenapotheke bis 19.30 Uhr für Sie da. Untertitelung des ZDF, 2020